Willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite 2 Wahrheiten und eine Lüge. Dieses Mal spielen Jessie, Furdis und Maxify mit. Jeder von uns muss der Community drei Storys erzählen, von der eine eine Lüge ist. Die Community muss sich also auf das Feld stellen, von dem sie denkt, dass es eine Lüge ist. Die erste Story steht für das Holz, die zweite Story steht für Stein und die dritte Story steht für Metall. In dieser Folge erfahrt ihr viel Neues über uns. Falls ich weitere und andere YouTuber mit einbeziehen soll, schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Fortnite, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und am Ende wird es ziemlich sexy. Okay, also, ey, Juli werfen Sachen nach mir. Richtig so. Warum boot ihr mich so aus? Hier, zurück, weg mit euch. Nums. Okay, dann fangen wir an. Ich habe mir in den letzten zwei Jahren in die Hose gemacht. Ich kann kohlensäurehaltige Getränke nicht ohne Schmerzen schlucken. Okay. Oh, das ist aber schwer, Maxi. Ich habe als kleines Kind immer meinen Daumen genuckelt. Oh, scheiße. Ich würde sagen, es ist das hier. Jetzt finde ich aber nicht spannend. Warte, warte, warte. Was ist nochmal das Erste? Das Erste, was ich gesagt habe, ist ja hier, ne? Ja. Das hier. Ja, gut, ähm, das ist die Lüge gewesen. Ich habe keine. Oh, scheiße. Warte mal. Weißt du, die Leute, die tun dir das wirklich zutrauen, dass du in die Hose gepisst hast, ne? Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal nach vorne und stelle die nächsten Fragen. Ich würde sagen, ihr habt alle voll on und ich habe gewonnen, ne? Danke, erster Pokal geht an mich. Also, die Erste ist, ich habe meinen Partner bereits angefurzt, wäre die Erste. Ich bin einmal fremdgegangen, wäre die Zweite. Und Drittens, ich musste einmal von Nervosität in der Schule kotzen, und zwar auf den Schoß meiner Lehrerin. Was ist eine Lüge? Eins, zwei oder drei? Was ist die Lüge? Was ist die Lüge? Entscheidet euch in drei, zwei, eins. Okay. Der kleine Takeshi hier sagt, ich hasse euch, aber ihr habt recht, der kleine Takeshi muss leider sterben. Ja, ihr kennt mich einfach zu gut, Leute. Ich finde es auch schön, dass ihr natürlich davon ausgeht, dass ich meiner Lehrerin tatsächlich auf den Schoß gekotzt habe. Das war tatsächlich so. Ich wurde in Mathe abgefragt und war so nervös, dass ich mit 20 Jahren, nein, Spaß, ich war, glaube ich, das war in der zweiten Klasse, habe ich auf den Schoß gekotzt. Okay, Leute, dann kommt der Fufu dran. Bitte einmal nach vorne. Ha, ha, ja, 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 ja. Ich bin gerne mal auf Spanien in Urlaub. Okay. Und ich war einmal, als ich ein Kind war, wurde ich in die Toilette eingesperrt und hatte Angst, dass ich da nicht mehr rauskomme. Und als ich was trinken wollte, waren die ganzen Waschbecken voll mit Zigaretten. Das zweite auf Spanien, das ist die erste Geschichte. Das zweite auf Spanien. Ich war am Meer und wurde von der Strömung rausgezogen und kam nicht mehr gegen an. Und bin fast ertrunken. Oder das dritte. Ich bin als Kind mal auf eine Bordsteinkante gefallen und habe beide meine Vorderzähne verloren dadurch. Boah, schwer. Was ist gelogen? Okay, was ist gelogen? Okay, ich würde... Ich habe gesagt, es wird schwer. Okay, ich würde sagen, okay. Ich habe nichts Einfaches genommen. Okay, Leute, los, entscheidet euch in drei. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn Fufus' Penis steht? Nein, schwarz. Das sind so viele. Das war wohl doch eine zu schwere Frage. Okay, dann erzähl mal. Ich habe gesagt, ich soll so eine... Was war die Lüge? Die Lüge war das mit der Strömung. Also stehe ich richtig. Ja. Okay, dann müssen alle jetzt stehen bleiben und erschossen werden. Ihr bleibt alle stehen, Leute. Wer nicht stehen bleibt, tut mir leid, Babys. Ihr habt es aber ganz toll gemacht. Also, als ich klein war, dachte ich, die ganze Welt wäre schwarz-weiß. Also, die frühere Welt wäre schwarz-weiß, weil halt im TV alles nur in schwarz-weiß zu sehen war und die Bilder auch. Oder, zweitens, in der Grundschule habe ich mich immer auf der Toilette versteckt während der Pausen, weil ich nicht auf den Schulhof gehen wollte. Natürlich nicht alleine mit anderen Leuten. Oder, drittens, im Unterricht bildende Kunst muss ich einmal so dringend aufs Klo, dass ich fast angefangen habe, von der Lehrerin zu heulen. Weil sie es uns nicht aufs Klo gehen lassen wollte. Entscheidet euch, was ist die Lüge? Oh, schwer. Schwer, schwer, schwer. Okay, los geht's. Okay, die Lüge ist tatsächlich das mit dem schwarz-weiß. Oh, shit. Okay, sorry, Leute. Ich habe auch einen Punkt-Minus. Mein Tagebuch kurz öffnen. Ja, bitte. Okay, Leute, ihr müsst euch auf die Lüge stellen, ne? Auf die Lüge. Nicht auf die Wahrheit stellen, auf die Lüge. Ich mag Simba mehr als Nala. Ich habe zwei Brüder und zwei Schwestern in der Familie. Ziehe dieses Jahr nach Madeira. Was ist die Lüge? Weil du hast zwei Brüder? Okay. Wo ist die Lüge? Okay, die Lüge ist, ich habe nur einen Bruder und zwei Schwestern. Oh, jetzt hast du geliebt. Okay, live. Jetzt hast du geliebt, Maxi, jetzt hast du geliebt. Okay, Leute. Dann alle nochmal in eine Linie und ich würde sagen, jetzt komme ich, oder? Ja, jetzt komme ich. Okay. Die erste Geschichte ist, ich habe eine schwere Rechtschreibschwäche. Ähm, die zweite ist, äh, ich wurde einmal von einem Lehrer belästigt. Und die dritte ist, ich hatte einmal etwas mit einem Lehrer. Wir müssen erst die Lüge, ne? Ja. Oha, die glauben dir einfach alle, dass du was mit, ah ne, die glauben dir nicht, dass du was mit dem Lehrer hattest. Drei, zwei, eins und closed. Und zwar ist die Lüge, dass ich etwas mit einem Lehrer hatte. Hallo. Hallo. Warte mal. Ich wurde schon mal von einem Lehrer belästigt. Ja, das stimmt leider. Jess, du musst echt mal aufhören, Leute zu töten. Der hat mich am, der Lehrer hat mich am letzten, der Lehrer hat mich am letzten Tag gefragt, äh, ob ich mit ihm was anfangen will. Und sein Sohn war auf derselben Schule. Das war richtig bitter. Ich hab ja gesagt. Das war richtig widerlich. Ich hatte auch ja gesagt. Okay, dann würde ich sagen, Jessi kommt. Also, erstens, im Kindergarten hatte ich ein Freund und jedes Mal, wenn wir uns begrüßt oder verabschiedet haben, gab es so einen Knutscher. Also, wir haben uns halt immer so einen Stikel gegeben. Safe, das ist die Wahrheit. Dann in der Mitte, mit ungefähr sechs Jahren, hab ich meinen Bruder bewusst die Treppe runter geschubst, weil ich irgendwie neidisch auf ihn war, weil er... Safe. Ja, safe. Ich war halt einfach neidisch, weil meine Mom ihn immer ein bisschen bevorzugt hat. Und drittens, mit drei Jahren hab ich mir den Elbungen gebrochen, weil ich von einer Couch gefallen bin. Puh, schwer. Okay, okay. Okay, los geht's. Ich bin gespannt. Okay, und drei, zwei, eins. Wer nicht auf der Platte steht, wird erschossen, Leute. Ihr müsst euch auf die Platte stellen. Ihr müsst euch auf die Platte stellen. Okay, so. Die Lüge war das mit dem, dass ich meinem Bruder bewusst die Treppe runter geschubst hab. Also, es sind wir richtig hier. Genau. Genug hat verloren. Scheiße, da steht nur null Punkte. Also, er ist tatsächlich die Treppe runtergefallen, aber unbewusst. Aber ich hab nachgetreten. Meine Lieblingszahl ist 13, mein Lieblingstier ist ein Fuchs und ich hätte gerne ein Fuchs als Haustier. Warte, wo ist nochmal das Erste? Okay, in drei, zwei, eins und close. Das ist das mit der Zahl, ne? Das ist irgendwie voll sad. Ich könnte euch alle umbringen gerade. Echt? Wunder nicht. Warte mal. Ich will kein Haustier als Fuchs, ein Fuchshaustier haben. Habt ihr die mal gehört? Die schreien rum und die stinken. Aber die lachen auch ganz lustig. Hey Leute, du scheiße. Was geht denn ab? Warte, dann machst du es nochmal ab. Okay, alle gewonnen. Jetzt einmal jubeln. Wuhu. Okay. Eigentlich seid ihr alle tot. Ich bin heute nach Hannover gefahren mit einem Auto. Also bin ich selber gefahren, aber ich war gefahren. Ja. Also bezahlt er die ganzen Menschen? Okay, perfekt. Also hast du die, ne? Okay. Ich habe heute einen Döner gegessen und ich war heute schon viermal auf dem Letten. Ich glaube, keiner von uns glaubt, dass irgendjemand mal zählt, dass ich wie oft da auf der Toilette war, oder? Also er hat sich ja echt unentschieden hier vorne, der Typ. Ja. Okay. Verstehen wir richtig? Ja. Ich war, ich habe keine Ahnung. Mindestens. Deswegen, man zählt es eigentlich nicht. Okay, jetzt komme ich. Okay. Also. Die erste Sache ist, ich war heute um vier Uhr morgens im Training. Die zweite ist, meine Schwester hat mir als kleines Kind eine komplette Medikamentenflasche zu trinken gegeben, an der ich fast gestorben wäre. Oh, Alter. Die dritte ist, dass meine Hunde kastriert sind. Und los. Was? Hunde? Ja, frage ich mich auch. Drei, zwei, eins und los. Ich habe auch noch nie einen Hund gesehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also erstmal sind meine Hunde kastriert, weil unsere Hunde davor hatten nämlich Hodenkrebs und gerade Beagles sind dafür anfällig. Und tatsächlich stimmt es, dass Schwester mir damals Medikamente gegeben hat, als sie klein war und sich fast daran gekapiert war. Nein. Also war jeder falsch gerade. Meine Mutter hat mir erstmal ihre zwei Finger reingerammt, dass ich kotze. Also theoretisch habt ihr alle verkrackt. Es gibt keine Gewinner in dieser Runde. Ich habe meine Finger reingerammt, Alter. Aber sie war noch jung, sie wollte halt einfach mir was zu trinken geben, weil ich was trinken wollte und dann... Ja, Leute, keiner hat gewonnen. Super. Aber warum zum Fick leben jetzt noch drei? Da haben sie irgendeine drei... Hey, die haben sie versteckt. Die sind wahrscheinlich irgendwann mal weggerannt, als sie was falsch hatten. Okay, alle, die versteckt haben, kommt mal raus jetzt hier zu Salty Spring und habt mal Eier. Dann bleibt mir hier stehen, Kleiner. Was? Kleines, du hörst mich doch, oder? Mach mal Ja. Nicht mal Ja. Warum bist du abgehauen? Hattest du Angst? Hattest du Angst? Aber standest du falsch? Und deswegen bist du abgehauen? Das ist so süß! Das ist so unfassbar süß! Okay, und das andere? Wo ist der andere? Ah, hier. Hä? Ah, hier. Okay, hattest du auch Angst? Bist auch abgehauen? Standest du falsch? Aber am Anfang schon, glaube ich. Nee. Seriously? Hast du gedacht, dass wir euch... Ach, deswegen ist er... Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Okay, da ihr beide hier jetzt lost wart, wir verheiraten euch jetzt. Möchtest du diesen angetrauten Schisser heiraten? Okay, dann dürfte die Braut jetzt... Du darfst die Braut jetzt küssen. Hau ihn mit deiner Hacke und gib ihn dem Kuchen. Und jetzt dürft ihr euch paaren, Hochzeitsnacht. Viel Spaß. Stell mal die Cam auf, Maxi. Hey, nicht in den Busch. Der ist ganz weg. Nicht in den Busch. Das ist echt ein sexy Ende, gell? Ich genieße das von hier vorne. Ich kann auch noch was passen. Fortnite mit sexy Ende. Oh, wie gut, ey. Warte, mach weiter. Ja, genau. Warte, ich muss das auch bewerten. Ja, ich würde sagen, das ist der falsche Winkel. Du musst die noch ein bisschen mehr bemühen. Also so kann das nicht gehen. Ja, also ich bin nicht überzeugt, Maxi. Was sagst du? Noch ein bisschen, um Flow reinzukriegen. Das ist ein bisschen langweilig. Also die Frau muss auch aktiv sein, ne? Das ist nicht so der Mann. Jessie macht Effekte rein, damit es krassiger ist. Die Jessie blickt. Ich meine, du kannst doch richtig auf ihn reiten. So wie hier. Ey, die Armen. Warte mal, warte mal. Wie alt bist du? Seid ihr bitte alle? Ich seid beide schon über 18, gell? Ja, seid ihr über 18, gell? Lauf, Maxi, lauf. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das war's mit zwei Warten. Eine Lüge. Wenn ihr Bock habt, mal mitzumachen, schreibt es in die Kommentare. Auch gerne, wen wir da mal mit einbeziehen sollen. Vielen Dank an Maxi, Jessie und Fotos, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank an meine Community, die so lange Geduld hatten, weil das Update hat ewig gedauert. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen wie immer Ade mit E. Maschi. Warte, Luke. Lieg Luke. Ja. Hättest du mal erlebt? Was für ein Scheiß da. Du bist nur, taking you hold. Ähm. Wie